Heute Dekor aus Gemüse. Als erstes nehmen wir eine Gurke, natürlich gewaschen, schneiden vorne einen kleinen Keil rein, damit wir einen Maul haben für dieses wunderschöne Tierchen. Ganz vorsichtig, nicht einmal zu weit schneiden. Keil raus. Jetzt nehmen wir ein kleines Messerchen und höhlen uns die Augenhöhlen aus. Hört sich bestialisch an, tut der Gurke aber nicht weh. Oh, beiden Seiten, versteht sich natürlich. Ist ja nicht ein einäugiger Fisch oder Schlange, keine Ahnung. So, jetzt noch großes Messer und ein paar Kiemen reinschneiden. Nicht in die Finger schneiden. Andere Seite auch noch. Herrlich. Und noch eine Kieme. So, als nächstes basteln wir uns ein kleines Schiffchen. Vorne die Gurke leicht anschneiden, zur Hälfte und schälen uns einen Keil raus. Zack. Jetzt schneiden wir uns lauter kleine Keile raus aus diesen Schiffchen, was ein Schiffchen werden soll. Aus dieser Gurke natürlich, versteht sich. Ja, aufpassen, dass es mir so weit reinschneidet. Nicht so tief. Soll er gleichmäßig aussehen an der Rente. Soll ein toller Teller werden. So. Immer schön vorsichtig. Nicht in die Finger schneiden. Messer ist scharf. Aber es passiert mit stumpfen Messer muss ich schneiden, gut. Und dann höllisch weh. So. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Noch eine Kerbe rein. Kommt gleich Paprika-Streifen rein. Sieht mega aus. Ja, dauert schon ein kleines bisschen. Wenn was gut werden soll, gut Ding will, weile. Oder wie heißt das immer so gut? Hm? Schick. Also ich finde es schön. So, jetzt unten noch die Kanzlei abflachen. Nicht so, denn Herr rollert. Eine Gurke ist ja eigentlich rund. Also unten Streifen abschneiden. Nicht so viel. Nicht zu wenig. Kann man irgendwo vorher machen. Geht es vielleicht einfacher. Das einschneiden. So. Kleines bisschen an der Kerbe. Okay. So. Und dann zum Schluss noch einen kleinen Abschluss hier. Dass es natürlich schön aussieht. So. Schick. So. Einen Teller. Zunge rein. Bischee aus Paprika. So. Augen in die Augenhüllen rein drücken. Noch einen kleinen Pilz aus Radieschen. Möhre. Einen kleinen Bäumchen. Und das Schiffchen wird mit Paprika belegt. Sieht doch ganz gut aus. So. Und noch eine kleine Blume aus Paprika und Möhre. Schick. Viel Spaß beim Nachmachen.